Ein E-Bike immer und überall verfügbar haben? Kein Problem. Ich zeige Ihnen, wie Sie Mitbesitzer von 200 Elektro-Velas werden. Das sind zwei von 200 E-Bikes, die momentan im Stadtgebiet Zürich auf Fahrer warten. Das Reservieren ist ganz einfach. Das MyDap abladen, Velolokalisieren, Reservieren und Losfahren. Ausgerüstet ist jedes Bike mit Vor- und Rücklicht. Tagfahrlicht, Glocken, Scheibenbremse, Helm und Körbe. Und einem Elektromotor mit drei verschiedenen Unterstützungsstufen. Am Schluss das Velo einfach wieder herstellen, ausbuchen und fertig.